Die Supernova Longtide von Adidas brilliert wie immer mit ihrer angenehmen Passform und viel Funktionalität. Mir persönlich gefällt der feine, weiche Stoff, der unheimlich leicht auf der Haut sitzt. Das enthaltene Clima Light Material gibt dir ein ideales Feuchtigkeitsmanagement und sorgt auch bei längeren Einheiten für einen angenehmen Tragekomfort. Ein optimaler und sehr angenehmer Sitz wird auch durch den sehr breiten Bund erreicht. Stylische Mesh-Einsätze an den Kniekehlen sorgen für zusätzliche Belüftung. In der laminierten Reißverschlusstasche finden auch empfindliche Laufutensilien sicheren Platz. Damit du die Hose schnell und einfach an- und ausziehen kannst, findest du an den Beinenden Reißverschlüsse. Um dein persönliches Lieblingsoutfit zusammenzustellen, kannst du die Supernova Longtide von Adidas auch hervorragend mit den anderen Textilien aus der Kollektion kombinieren. Und alles zusammen bekommst du natürlich über deine Runners Point Filiale oder hier im Onlineshop unter www.runnerspoint.com.